Hoi Thömen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um ein Frauenthema. Ein Thema, wo man nicht so viel darüber spricht. Ein Tabuthema. Wer spricht über Tabuthema? Natürlich ich. Es geht um das Thema Tag, Menstruation, Periode, wie auch immer ihr es wer nennen. Ich habe kürzlich einen Post auf Instagram gemacht zum Thema Zykluspanos. Und da habe ich euch ein paar Tricks verraten mit pflanzlichen Heilmitteln, die ich für mich entdeckt habe, mit denen ich meinen Zyklus in Balance bringen möchte. Du musst einfach immer um es siehe, wenn ich Videos sage. Und ich habe da auch ein paar Themen gleichzeitig angesprochen, natürlich über Menstruationsbeschwerden, über Zyklusbalance und auch über Verhütung. Also ich habe da Temperaturmessen angesprochen und dieser Post ist bei euch sehr gut angekommen, hat aber gleichzeitig viele Fragen aufgeworfen und deswegen habe ich mich entschieden, noch ein Video dazu zu machen. Einfach gerne ein bisschen zu schwer, wenn ich mich die ganze Zeit durchlaufe. Das ist immer das Gleiche mit dir. Ja, du bist schon. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich an der Stelle noch sagen, ich bin weder Ärztin noch sonst irgendwie Fachperson auf dem Gebiet. Ich kann wie immer nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Ich weiß aber, dass ich sicherlich die einzige Frau bin, die auch schon Probleme mit ihrem Zyklus hatte. Wenn du zu denjenigen gehörst, die absolut keine Probleme damit haben, dann bist du eine der Glücklichen. Ich vermute aber, du hast bestimmt auch das eine oder andere Problem oder die eine oder andere Frage. Deswegen hast du ja auch dieses Video angeklickt. Ja, ich glaube generell kann man sagen, dass ich eine Person bin, die schon immer ein bisschen frühreif war, auf jeden Fall, was jetzt das Leben allgemein betrifft. Ich war schon immer sehr selbstständig, sehr unabhängig und werde auch heute noch oft älter geschätzt, als ich ja eigentlich bin. Wie dem auch sei, an einem Punkt war ich nicht unbedingt sonderlich früh. Damals hieß es etwas spät, obwohl ich eigentlich finde, früh, spät, normal. Jeder Mensch ist halt anders, jede Frau ist halt anders. Auf jeden Fall war es bei mir so, ich war schon fast 15 und ich hatte meine Tage noch nicht. Und alle anderen in meiner Schule hatten das natürlich schon längst und da hat es mich auch selbst ein bisschen gestresst. Hey, ich bin 15, ich habe meine Tage noch nicht, ich muss zum Frauenarzt. Dann ist meine Mama bei mir zum Frauenarzt gekommen und ich habe natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Frauenärztin auch ein bisschen Druck gemacht. Druck gemacht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe ihr gesagt, alle haben ihre Tage, ich noch nicht, ich will meine Tage bekommen und ich habe gehört, mit der Pille kann man die Tage auslösen. Und das stimmt natürlich, ich meine, die Pille, das sind weibliche Hormone und wenn man die natürlich zu sich nimmt, wenn man die Pille einnimmt, passiert nicht einfach nichts. Grundsätzlich ist es natürlich ein Verhütungsmittel, aber das funktioniert ja durch, weil es Einfluss auf deine Hormone nimmt. Und ich wollte dann die Pille und meine Mama hat uns sowieso ein bisschen alternativ erzogen. Wir hatten immer homöopathische Mittel bekommen oder pflanzliche Mittel, wenn wir Kinder irgendwas hatten, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer. Und meine Mama war da nicht so Fan von, aber ich habe halt zur Frauenärztin gesagt, ich glaube, ich muss die Pille nehmen, dass meine Tage endlich kommen. Und sie hat mich dann natürlich unterstützt, hat gemeint, ja, das macht absolut Sinn, das ist jetzt auch langsam normal. Ich will jetzt nicht, also ich mag diese Frauenärztin super, also die ist total gut, aber sie ist halt eine Frauenärztin und sie hat mir halt relativ schnell die Pille verschrieben. Und ich weiß, dass das heute relativ schnell passiert. Die Pille wird einfach relativ schnell verschrieben, ohne dass sich die jungen Mädchen überhaupt bewusst sind, was sie da genau mit ihrem Körper machen. Die Pille ist natürlich, ich glaube, man sagt das sicherste, nicht nur eines der sichersten, ich glaube, es ist das sicherste Verhütungsmittel. Da kann man absolut nichts gegen sagen, aber trotzdem, ja, es ist halt ein Einbrief in seinen Körper. Ich bin da heute mit solchen Sachen ein bisschen vorsichtiger als damals. Damals habe ich noch nicht so weit überlegt. Long story short, ich habe dann die Pille bekommen, habe natürlich auch relativ viel zugenommen. Innerhalb sechs Wochen, wie man da, es waren Sommerferien, habe ich neun Kilo zugenommen. Aber das war nicht schlimm, weil ich war schon immer, wie ich es heute hat, auch wieder bin eher eine große, schlanke, zierliche Frau und mich hat das damals nicht gestört, dass ich mal ein bisschen was mehr drauf hatte. Und ich hatte dann natürlich, wie ich es wollte, immer schön auf den Tag regelmäßig meine Tage. Und das ist natürlich ein Vorteil der Pille. Damit kann man das halt wirklich auslösen, Strickstrich erzwingen und man hat sie dann, man weiß immer, wenn man seine Tage hat. Und wenn man mal sagt, oh, nächsten Monat möchte ich meine Tage nicht haben, dann kann man die Pille einfach durchnehmen. Sollte man eigentlich nicht, aber es ist möglich. Also man kann das extrem kontrollieren. Man greift so weit ein, dass man es kontrollieren kann. Dann kam bei mir natürlich eine spezielle Phase, die bei vielen Frauen auch gekommen ist, in ihrem Leben vielleicht noch immer ist, aber längst natürlich nicht bei allen Frauen. Das ist mir völlig klar. Ich rede von der Bodybuilding-Zeit. Bei mir kam dann natürlich die Bodybuilding-Zeit, wo ich halt auch, wie ein paar andere auch, natürlich längst nicht alle, aber ich habe natürlich auch in meinen Hormonen gespielt in der Bodybuilding-Zeit. Das ist kein Geheimnis, das weiß man ja von mir. Und da war natürlich für mich klar, wenn ich jetzt mit den anderen Hormonen arbeite, ist es kontraproduktiv, wenn ich jetzt noch weibliche Hormone zu mir nehme. Das habe ich damals zumindest gedacht und ich wollte die Pille nicht mehr nehmen, weil ich wollte eigentlich, ja verrückt, was da psychisch mit mir abgegangen ist, aber das ist ein anderes Thema, kann ich ein andermal wieder davon reden, habe ich schon ganz oft davon gesprochen. Ich wollte halt irgendwie nichts mehr weibliches an mir haben, das klingt jetzt hart. Ich wollte Muskeln haben, ich wollte kein Körperfett mehr haben und deswegen hat die Pille überhaupt nicht in meine Welt, in meine Gedanken, in meine Vorstellungen reingepasst. Deswegen habe ich sie abgesetzt und habe dann zuerst mal ein halbes Jahr lang meine Tage nicht bekommen. Dann habe ich sie einmal gehabt, dann wieder drei Monate nicht, dann sind sie mal wieder gekommen, dann mal nach einem Monat schon, dann mal nach zwei Monaten, also extrem unregelmäßig. Ist natürlich ganz klar die Bodybuilding-Zeit auch ein bisschen mitschuld. Auf jeden Fall ist aber auch sonst, bei Sportlerinnen höre ich das oft, bei Frauen, die sehr aktiv sind mit tiefem Körperfettanteil, dass auch die Frauen Probleme bekommen mit einem regelmäßigen Zyklus. Also das ist längst nicht einfach nur ein Sonderfall. Fast jede Frau hat da schon Erfahrungen mitgemacht. Irgendwie wollte ich natürlich aber verhüten, weil ich wollte ja und will es noch immer nicht, Schwammer werden. Und deswegen habe ich dann meine Frauenärztin um Rat gefragt, was habe ich für Alternativen? Ich will keine Hormone. Ich habe ein Krankenauto durchgefahren. Das ist halt so, wenn man in der Stadt wohnt. Ja, dann habe ich meine Frauenärztin gefragt, ich will keine Pille mehr zu mir nehmen, ich will keine weiblichen Hormone. Was habe ich für Verhütungsalternativen? Und die Frauenärztin von der Pharmaindustrie halt ganz klar sagt mir, es gibt eigentlich keine anderen Optionen. Es gibt halt nur entweder hormonell, die Pille, das Verhütungsstäbchen, den Ring, das Spritzen, was auch immer, hormonelle Methoden, Hormonspirale oder es gibt Kupfer, Kupferkette, Kupferspirale. Mittlerweile gibt es auch den Kupferball. Und dann hat sie mir halt gesagt, Kupfer wäre für dich jetzt halt eine Alternative, das ist ohne Hormone. Und auch da habe ich dann gar nicht länger drüber nachgedacht, das kam halt jetzt erst später. Wo ich einfach gesagt habe, gut, super, keine Hormone, Kupfer nehme ich. Aber auch Kupfer gehört ja eigentlich nicht wirklich hierhin. Also auch das ist halt wieder irgendwie durch ein Eingriff in den Körper, der nicht natürlich ist. Und jetzt ganz kurz, einfach oberflächlich erklärt, Kupfer, was macht das im Körper oder in dieser Region hier in der Gebärmutter? Es, wie kann ich das sagen, es täuscht, ich hoffe, ich sage es richtig, sonst korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn da jemand andere Worte dazu hat. Aber es täuscht sozusagen eine Entzündung aus, eine Entzündung vor, sodass sich, sodass eigentlich die Gebärmutter wie, es klingt ein bisschen erschreckend, finde ich heute auf jeden Fall, dass die Gebärmutter wie entzündet ist und somit keine Spermien eindringen können. Habe ich es irgendwie richtig erklärt? Sonst korrigiere ich mich bitte in den Kommentaren. Und somit kann man natürlich dann eine Schwangerschaft verhindern. Und die funktioniert auch. Ich hatte die einsetzen lassen, was extrem schmerzhaft war für mich, die Kupferspirale. Aber ich habe gedacht, ich habe keine andere Möglichkeit. Und das war wirklich, das ist von Frau zu Frau anders. Einige sagen, war nicht so wild. Andere sagen, sie sind kollabiert und ich gehöre zu denen, die kollabiert ist. Also wortwörtlich, ich hatte gleich einen Kreislaufzusammenbruch. Mir wurde gleich schwarz vor Augen und ja, ich bin gerade zusammengebrochen nach dem Einsetzen. Das war so ein Schmerz für mich. Ja, auf jeden Fall, die erste Zeit hatte ich überhaupt keine Probleme damit und plötzlich auf einmal habe ich extrem starke Riegelschmerzen bekommen. Also richtig schlimm. Ich habe geblutet wie Sau. Ich hatte so krasse Bauchschmerzen. Also das, falls ein Mann zuschaut hier, weil er vielleicht etwas über Frauen lernen möchte, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Frauen, einige wissen bestimmt, wovon ich rede. Also ich musste wirklich, ich musste es, jetzt ist es mittlerweile besser, aber ich musste bis noch nicht vor allzu langer Zeit am ersten Tag meiner Tage die Termine absagen, weil ich einfach nichts anderes machen konnte, als im Bett liegen. Und ich habe wirklich so stark geblutet. Es ist echt schlimm. Also ich kenne das sehr gut. Ich habe mich dann irgendwann mal immer mehr mit Naturheilkunde angefangen zu befassen und ich habe einfach immer gesagt, es muss doch irgendwie einen Weg geben, auf natürliche Weise verhüten zu können, ohne so stark in meinen Körper einzugreifen, trotzdem aber Sicherheit zu haben. Und auch heute sage ich, es ist nicht ganz so einfach. Wenn jemand von euch irgendeinen Tipp hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es ist nicht einfach so kinderleicht, wie es ist, eine Pille einzuschmeißen oder irgendwie eine Spirale zu installieren, sozusagen einsetzen zu lassen. Es ist schon ein bisschen komplexer, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann funktioniert es eigentlich. Auf jeden Fall habe ich dann meiner Frauenärztin gesagt, die Kupferspirale hier, sie funktioniert, alles gut. Das war jetzt ein Kampf, die reinzumachen. Wir lassen die mal einfach, wo sie ist. Aber ich möchte das nicht, also meine dauerhafte Lösung. Ich spiele eigentlich schon mit den Gedanken, die wieder entfernen zu lassen. Meist mir halt wirklich nicht so, ist mir schon nicht so kürt, da oben, da irgendwie so eines Kupferzugs. Aber es ist mir halt auch heute immer noch lieber als Hormone. Trotzdem ja, ich habe ihr halt dann gesagt, was ist mit Temperaturmessen? Und die Frauenärztin, klar, also das ist ja halt schon nicht so sicher, nicht so belegt, wie jetzt eine Pille. Und sie haben halt davon abgeraten. Respektive, sie haben gesagt, Voraussetzung ist ein wirklich regelmäßiger Zyklus, was ich halt noch immer nicht ganz regelmäßig habe. Und dann funktioniert das aber. Jetzt weiß ich für mich eigentlich, ich bin jemand, ich kenne meinen Körper, ich habe ein gutes Körpergefühl, ich nehme sehr viel wahr, ich spüre immer, wenn ich krank werde, ich spüre immer, wenn irgendwas ist, ich spüre, wenn ich meine Tage bekomme, das schon Tage davor, an allen möglichen Anzeichen, an meiner Stimmung, an meiner Haut, Bauch, ich spüre das einfach. Von daher glaube, ich bin nicht sicher eine, die eher eine Kandidatin wäre, die Temperaturmessen machen könnte, weil ich wirklich sehr körperbewusst bin. Und natürlich auch sehr interessiert bin an Naturheilkunde, an pflanzlichen Alternativen. Jetzt weiss ich schon mal, Voraussetzung, dass Temperaturmessen funktioniert, ist, dass man einen regelmäßigen Zyklus hat und dass man die Temperatur immer am gleichen, zur gleichen Uhrzeit, jeden Tag an der gleichen Körperstelle misst und wirklich einfach genau ist. Und da muss man sich auch bewusst sein, Alkohol oder wenn man krank ist, das kann das alles wieder auf den Gleichgewicht bringen, also respektive verfälschen. Und es ist schon nicht ganz oder, aber wenn man einmal weiss, wie man es machen muss, dann soll es wirklich funktionieren. Das habe ich jetzt schon von Freundinnen gehört, die das machen. Ja, also dass Temperaturmessen als natürliche Verhütungsmethode funktioniert, ist ein regelmäßiger Zyklus unerlässlich. Und jetzt, wie kriegt man seinen Zyklus in eine Regelmäßigkeit? Auch hier das Thema Zyklus, ganz kompliziert. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch lange nicht wirklich genau gewusst, wie funktioniert das eigentlich, auf welchem Tag zählt man denn seine Tage und wie lange ist der Zyklus? Und der Zyklus kann extrem unterschiedlich sein. Und ich bin jetzt auch eine Frau, die hat eher einen etwas längeren Zyklus. Also wenn ich es jetzt so Handklang, Small Pee sage, ich habe meine Tage so, ich sage jetzt mal, alle anderthalb, alle zwei Monate. Also nicht wirklich so alle, nicht einmal im Monat, nicht alle 28 Tage. Also mein Zyklus ist länger. Teilweise bis zu 35, 40 Tage, manchmal auch 45 Tage. Aber was mich anfangs ein bisschen erschrocken hat, bis ich dann einfach gesagt habe, hey, es ist normal. Und wenn auch du so einer bist, es ist normal. Es kann es geben. Und es ist für mich eigentlich auch horchillig, wenn du die Tage ein bisschen seltener hast. Auf jeden Fall, aber es hat das zu heikel, um mit Temperaturmessen vorgehen zu können. Deswegen versuche ich jetzt, meinen Zyklus auf natürliche Weise ins Gleichgewicht zu bringen. Und da habe ich euch eben auf Instagram kürzlich zwei Produkte gezeigt. Zyklus Balance 1 und Zyklus Balance 2. Jetzt, wie funktioniert das? Ich habe auf Instagram dazu gepostet. Ich blende euch hier den Post ein. Und hier habe ich das auch alles wirklich, habe ich mir lange Zeit genommen, das detailliert für euch aufzuschreiben. Zyklus Balance 1, das enthält Himbeerblatt, Rotklee, Basilikum und Rosmarin, welche die Östrogenproduktion anregen. Und Östrogen ist natürlich zwingend, dass es zum Eisprung kommt. Also das heißt, um seinen Zyklus in Balance, in eine Regelmäßigkeit zu bringen, beginnt man mit Zyklus Balance 1, um die Östrogenproduktion anzuregen, dass es zum Eisprung kommt. Und ab dem Tag des Eisprungs wechselt man dann auf Zyklus Balance 2. Und hier drin, habe ich auch aufgeschrieben, was ist alles hier drin? Hier drin sind Mönchspfeffer und Frauenmantel, welche die Progesteron- oder auch Gelbkörperhormonproduktion anregen. Also ihr seht, das sind zwei verschiedene Sachen, die für zwei verschiedene Hormone zuständig sind. Also da sind keine Hormone drin, das ist ganz wichtig, da sind wirklich nur pflanzliche Sachen drin, das sind rein pflanzliche Produkte, die sind vegan, die Kappchen sind nicht aus Gelatine, also das ist ein absolutes Naturprodukt von meinem Kooperationspartner MyFairTrade und die reden einfach auf natürliche Weise die entsprechende Hormonproduktion an, sodass der Zyklus funktioniert, wie er funktionieren muss. Ja und jetzt, wie funktioniert das mit dem Zyklus? Ab wann muss ich da was zählen? Wie läuft das ab? Also der Zyklus, den zählt man ab dem ersten Tag der Menstruation. Also wenn du deine Tage bekommst, ist das Tag 1 und ab da zählst du und wenn du jetzt den Zyklus in Balance bringen möchtest, dann nimmst du Zyklus Balance 1 ab dem ersten Tag und jetzt in der Regel sind das dann 14 Tage, solange dauert der Zyklus, bis es dann zum Eisprung kommt. Jetzt aber hier, ich bin auch so eine Kandidatin, bei mir dauert das viel länger, manchmal 35, 40, 45 Tage und wenn das bei dir auch so ist, mach dir keinen Kopf, dann nimmst du in der Regel halt in der Regel 14 Tage, vielleicht 20 Tage, vielleicht 30, 40, 50 Tage, es kann wirklich sein, bis du mit Zyklus Balance 1, bis es dann zum Eisprung kommt. Jetzt, wie weißt du, wann es zum Eisprung kommt? Durch die Temperatur. Du kannst ab dem ersten Tag dann eigentlich oder ab wann immer du beginnen willst, deine Temperatur messen und das einfach immer beobachten, im Auge behalten, immer zur selben Tageszeit und schreib dir das immer auf. Verwende unbedingt einen Thermometer mit doppelter Dezimalstelle hinter dem Komma, dass es auch wirklich ganz genau ist und dann schreibst du das immer auf und in der Regel ist vor dem Eisprung die Körpertemperatur eher tief, um die 36 Grad, bei manchen Frauen noch tiefer, bei manchen Frauen 36,5. Wie auch immer entscheidend ist, du merkst, wenn du den Eisprung hast, wenn an einem Tag die Körpertemperatur sich wirklich drastisch erhöht hat, und zwar um 0,2 bis um 0,5 Grad, heißt also, wenn du immer um die 36 Grad bist und du plötzlich 36,5 hast, 36,4 hast und es ja mindestens 14 Tage nach deinem ersten Tag ist, dann weißt du auch, jetzt habe ich den Eisprung und ab dem Eisprung wechselst du dann auf Zyklus Balance 2. So und jetzt anders als bei Zyklus Balance 1, wo ich gesagt habe, das ist sehr unterschiedlich von Frau zu Frau, das nennt man in der Regel 14 Tage, manchmal 20, 30, 40 Tage, Zyklus Balance 2 nimmst du maximal 15 Tage und danach bekommst du automatisch deine Tage wieder und das Ganze beginnt von vorne. Das heißt, ab dem Eisprung Zyklus Balance 2, welches die Progesteronproduktion anregen und dann bekommst du wieder deine Tage und dann beginnt es eigentlich wieder von vorne. Ja, so, ich persönlich mache jetzt das, ich nehme diese Sachen, ich messe meine Temperatur und werde das einfach beobachten und ein Gefühl dafür bekommen und ich erhoffe mir, dass ich halt meinen Zyklus dann noch regelmäßiger, also dass das Ganze noch regelmäßiger wird, so muss ich es sagen, weil vielleicht bleibt es auch bei mir so, dass ich halt eher längere Zyklen habe, wer weiß, ich werde das jetzt einfach mal für mich beobachten und ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr damit auch Probleme habt, Beschwerden habt, natürlich auch starke Regelschmerzen und so, das kann alles sein, dass eure Hormone im Ungleichgewicht sind, dass ihr deswegen so starke Bauchschmerzen habt oder Stimmungsschwankungen habt oder Brustspannen habt. Ich meine ja, wir Frauen sind tough, wir wissen, Bauchschmerzen während der Tage, die sind normal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Pille nehmt oder sonst Hormone zu euch nehmt, dann kann es eben sein, dass ihr diese Schmerzen gar nicht so mitbekommt, euren Körper gar nicht so spürt und gar nicht so wahrnehmen könnt, weil es das halt alles unterdrückt. Aber in der Regel, wenn man da halt keinen Einfluss hat, keinen hormonellen Einfluss hat, kann es sein, dass eure natürlichen Hormone im Ungleichgewicht sind und durch das ihr Beschwerden habt. Deswegen mit solchen Sachen könnt ihr auch Beschwerden, welche auf ein hormonelles Ungleichgewicht zurückzuführen sind, in den Griff bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit so etwas mal vorstellen, mal ans Herz legen. Es gibt auch pflanzliche Sachen, die euch da helfen können. Ich verlinke euch diese Produkte unter diesem Video in der Infobox. Frauen, ich bin ja immer jemand, der sagt, Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen. Deswegen, wenn ihr da auch Inputs habt, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, es gibt da auch so Verhütungskomputer und alles. Die Technik, die ich jetzt hier, von der ich jetzt erzählt habe, dieses Temperaturmessen ist das eine, aber es gibt auch Computer und alles. Deswegen, alles, was ihr an Tipps habt, alles, was ihr an Inputs habt, schreibt es gerne in die Kommentare und so können wir Frauen gegenseitig voneinander profitieren, gegenseitig voneinander lernen, weil starke Frauen unterstützen einander. Ich wünsche euch mal schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.